Hi guys, wir sind heute 40 Kilometer von Napoli entfernt, von Nerpel, in Caserta, bei diesem Schloss. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt sind wir hier im Schloss Caserta und es wurde im alten Barockstil errichtet. Einfach mal unglaublich, zu der Zeit, wie wir das alles geschafft haben. So was baut man heutzutage nicht mehr, leider. Das ist einfach nur fantastisch. Das ist einfach. die 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 w die Ja. Ja.